Hallo liebe Fotofreunde, das Lumix 12-35mm Objektiv mit der Offenblende 2.8 durchgehend ist natürlich für Fotografen genauso beliebt wie für Videofilmer. In der Packung ist nicht nur das Objektiv, sondern wie üblich bei Lumix auch ein Sackerl für das Objektiv, eine Streulichtblende und natürlich der Objektivdeckel vorne und hinten. Es handelt sich hierbei um ein Objektiv das vor allem für die Reise, für die Reportage, für Hochzeitsreportagen zum Beispiel und vor allem dann, wenn wenig Licht da ist, sehr wichtig ist. Es ist ein Objektiv das 305 Gramm wiegt. Es ist relativ schwer im Vergleich zu anderen Lumix G Objektiven. Es hat einen relativ breiten Zoom Ring, der sich ganz leicht, sanft und leise bewegen lässt und der Fokus Ring ändert die Größe des Objektivs nicht mehr, es ist innen fokussiert. Das Objektiv habe ich natürlich sofort mal getestet und die ersten Testfotos findet ihr als Download auf unserem Blog auf der Homepage www.mizarowski.com. Es werden natürlich weitere Testfotos mit diesem Objektiv in nächster Zeit im Blog und natürlich auch in anderen YouTube Videos hier im Channel geben. Ich denke mit einem 7 bis 14 Millimeter Ultraweitwinkel und einem bei Vollformat 24 bis 70, also das 12 bis 35 Millimeter Objektiv hat man wahrscheinlich in den meisten Fällen schon das Auslangen von den Brennweiten her. Beide Objektive sind relativ lichtstark, bei Weitwinkel brauche ich nicht mehr als Blende 4 und hier bei dem leichten Tele ist natürlich 2,8 auch recht schön. Da kann man auch im Hintergrund schon ein schönes Bokeh erzeugen. Von der Länge her ist es vergleichbar mit dem 12 bis 60 Millimeter Objektiv. Ein bisschen länger ist es dann und ich denke wenn man dann noch eventuell für die Tierfotografie und Sportfotografie ein längeres Tele hat, hat man mit diesen drei Objektiven eigentlich alles was das Fotografen und Videofilmer Herz begehrt. Von den ersten Testfotos muss ich sagen, es wirkt so als ob das Foto wirklich scharf ist, nicht nur im mittleren Feld sondern bis in die Ecken. Es gibt aus meiner Sicht auch keine Abdunkelungen an den Ecken, also eigentlich eine relativ hohe Qualität um relativ wenig Geld, weil du bekommst dieses Objektiv im Moment im Handel um ca. 800 Euro. Im Vergleich zu Vollformat Brennweiten in dem Bereich mit Blende 2,8 zahlst du zwischen 1.500 und 2.500 Euro für solche Objektive. Also man muss wissen, brauche ich wirklich Vollformat und benötige ich die ganz großen Ausarbeitungen oder Drucksorten, dann brauche ich natürlich das Vollformat. Wenn ich aber mit 30 x 40 cm oder maximal 50 x 70 cm Ausarbeitungen mein Auslangen habe, dann bist du mit einer Lumix G9 und einem solchen Objektiv vor allem bei Reportagen und bei der Reise bestens bedient. Kann ich nur empfehlen. Weiters möchte ich auch noch darauf zu sprechen kommen, dass sich wirklich schon 40 unserer Fans bemüht haben anzugeben, welche Kamera sie verwenden. Du findest das im Menü am Channel bei Community, dort kannst du auch deine Kamera quasi auf 3 Umfragewerte unterbringen. Und das hilft uns natürlich dann auch für unsere Fans genau das Richtige an Tipps und Wissen anzubieten. Wenn dir das heute gefallen hat, dann bitte ich dich wieder den Daumen nach oben zu geben, unten zu abonnieren, Glöcke nicht vergessen und du wirst nichts mehr versäumen. Glöcke 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 Untertitelung des ZDF, 2020